so aufnahme für diese ecke startet jetzt das wird auch wieder heißen irgendwas mit level aufstehen was sonst aber es muss halt kreativ heißen level aufstieg aller ganoven front oder ich weiß nicht so was erwartet uns denn hier in diesem da blumst du schon effekte oh wahnsinn ich werde noch nicht mal runter gestuft ach nee ja 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 Moment mal, äh, ein Vogel, Fortschüler. Es sind so viele Silberen uns. Es sind so viele Silberen. Es sind so viele Silberen. Es sind so viele Silberen. Es tut mir so leid, Entschuldigung. Es ist so viele Silberen. 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 Das ist so viel Silberen. In der Uhrzeit meinste. Ja. Wo ist man ein Frühschirm? Ja. Das ist ja gut, dass du das vorst. So, fuhr, ja. Und der ist da jetzt gerade alleine, ne? Ja, ich konnte dich angreifen, ich war paralysiert. Ne, weil die Fates haben da eben ganz schön Punkte gegeben. Dann würde ich da vielleicht morgen nochmal zwei, drei Fates machen, um die Stufenaufstiege. Ja, morgen kannst du wieder Stufenaufstieg machen. Ja, ja, deswegen. Dann habe ich es dann wahrscheinlich auch geschafft. Und ich muss morgen auch etwas früher an der Arbeit loslegen. Weil die ja wollen, dass ich die Anlage schon mal bestücke. Ja, dass das so eine Viertelstunde ist das, aber geht schon. Dann habe ich auch vollgeladene Angriffs. Weil eben, dass der Läufter einfach weg wurde, dass ich was mache. Da kann ich aber auch manchmal. Ich würde sagen, schmeiß ich den Kodierer an. Für die Aufnahme sage ich nur, man sieht sich das nächste Mal. Sag doch auch nochmal tschau. Okay, mit Ö. Ja, bitte. Bis zum nächsten Mal.